Yo, Servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Loredana. Neuer Song, Loredana, Comeback, Blicke, heißt das Ganze, Produced, ist es von Kairi und Eddie. Ich bin gespannt, Freunde, neue Release-Woche, das heißt neue Reactions. Checkt immer gerne ab, auf was ich schon alles reagiert habe und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Wir gehen ganz kurz in die Infobox. Vor 14 Stunden kamen das Ganze, 53.000 Aufrufe, okay. Okay, Blicke, Kairi und Eddie, Mix ist von Hubertus, Mastering von Lex Barkey, Video ist von Deezer Bobby, Kameraschnitt, okay. Ich sehe hier gerade Loredana, Intro-Mixed-Feelings, vor vier Tagen, habe ich gar nicht abgecheckt, aber wenn man das jetzt nicht mitzählt, ist schon länger her, dass sie was released hat, ne. Ja, ist schon länger her. Das ist so ein schönes Lied von Loredana, weiter so, Lory bringt die Songs immer zum perfekten Zeitpunkt, sehr schönes Lied. Ich bin gespannt, wir gehen rein natürlich. Let's go. Letzte Woche war alles gut, dann habe ich mitbekommen, ich war dir nie genug, sogar meine Mama hat mich gewarnt. Du erschleckst. Okay, also es ist wahrscheinlich ein deepes Ding, wenn sie schon so startet, aber irgendwie hat sie sich, ich weiß nicht warum, aber sie hört sich irgendwie anders an, kann das sein? Es ist noch viel zu früh, aber wollte ich ganz kurz mal gesagt haben. Lass gerne ein Abo da übrigens, let's go. Okay, ich weiß immer noch nicht so ganz, in was es für eine Richtung gehen wird. Es hört sich so an, als würde uns was deepes erwarten, aber so von dem Beat könnte es vielleicht auch in so eine chillige Richtung gehen, ich weiß es nicht. Kein Plan. Okay. Gucken. Okay, aber ich muss euch irgendwie sagen, der Beat ist sehr interessant, der Beat ist sehr interessant, aber der ist immer noch nicht da, finde ich. So nach 30 Sekunden immer noch so ein Intro-Effekt, nenne ich jetzt mal. So immer noch ein bisschen leer, so wisst ihr, wie ich das meine? Ich glaube jetzt so, kommt es, kommen die Drums richtig rein? Gucken. Okay, ja das ist wahrscheinlich einfach so, mal so ein anderes Soundbild, nicht so typisch deepkalt mit einem Piano oder was weiß ich. Also dann weiß ich was, so okay, okay, also ich bin euch ehrlich, noch habe ich gar keine Ahnung. Baut mich jetzt nicht um. Sicher nicht fehlen und wenn du gehst, vergiss nicht für immer zu gehen, denn ich will dich nie wieder sehen, 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 sehen. Sehen, 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 sehen. Also, äh. Ich hoffe nicht. Sehen, 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 sehen. Ich finde dich nie wieder. Lieber Gott, ich bitte zu dir bitte nicht. Okay, also ich finde irgendwie das Ding. Keine Ahnung, Digga, das ist so. Ihre Stimme ist so hoch und so anders, finde ich. Irgendwie fühle ich es nicht. Weil ich fühle gar nichts. Beat war noch am Anfang interessant, aber dass das sich so komplett durchzieht. Nimm die falschen Freunde weg von mir, denn ich bin zu gut gläubig. Tötete es zu häufig, außer ein paar Schulfreunde, waren alle in dieser Crew käuflich. Okay. Also, äh, bin ich euch ehrlich, Freunde, hab irgendwie was erwartet. Also, ich hab wirklich was erwartet. Und was ich bekommen hab, war sehen, 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 sehen. Dann mach mal Fehler. Und sehen. Aber deiner war ein schwerer. Und ein schwarzes Kreis markiert das Ende einer Ära. Steig einen M-Band, Tegra drückt die Nikes auf das Peter. Ich zeig Emo. Ich hab gar kein, wisst ihr, was mich ein bisschen so stört? Die Stimmlage ist komplett gleich. Ich hab keine, so ein bisschen hochgedrückt die Stimme, ein bisschen, ich weiß nicht, aber gar kein Stimmwechsel. Und die Stimmlage gerade gefällt mir auch nicht. So, es ist komplett irgendwie für mich langweilig. Bin ich ehrlich. Ich hab so ein Gefühl, Freunde, dass jeder so TikTok-Sounds jetzt einfach nur noch bringen will. Jeder will nur noch TikTok-Sounds bringen. Und das soll einfach, ja, viral gehen auf TikTok. Denn das, was viral geht, wird sowieso gehypt. Das ist auch wieder so ein TikTok-Ding. Boah. Ne, diese Stelle ist so ideal für TikTok. Sehen, sehen, sehen. Und dann macht sie irgendwie die Bewegung. Die Bewegung kann gar nicht tanzen. Macht oft Tänzerin, die ganzen TikToker. Aber können eigentlich gar nichts. So. Kein Hate an TikToker. Ist ja auch einfach nur eine Plattform. So, aber es ist perfekt dafür geeignet. Ja, komplett enttäuscht. Also TikTok-Sound. Das ist einfach so ein TikTok-Sound wieder. Okay. Wetten wir, dieser Sound wird wieder viral gehen. Geht auf TikTok, schreibt Loredana Blicke und guckt euch dann die Videos an. Das ist einfach darauf wieder konzipiert worden. Sagt man das so? Ich glaube schon. Ja, keine Ahnung. Komplett enttäuscht. Feier ich gar nicht das Ding. Ist nichts im Kopf geblieben, außer sehen. Wieder. Okay, Freunde, das war's mit der Reaktion. Mehr passiert hier nicht. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.